Mein Name ist Markus Oehlenhaus. Der Betrieb hat sich auf die Reparatur aller Fabrikate und Marken von PKWs und Kleintransportern spezialisiert. Die Wartung nach Herstellervorgabe, die elektronische Fehlerdiagnose. Die Unfallschadenabwicklung mit Rechtsanwalt sowie mit dem Sachverständigen. Das sind Glasbruch und Glasreparatur. Die Unfallschadeninstandsetzung. Die Fahrzeugaufbereitung, Fahrzeugpflege. Das Winter- und Sommerrädergeschäft mit dem Einlagern der Kundenräder sowie dem Reifenverkauf. Dann die Fahrzeugvermessung, die Achsvermessung. Kfz-Technik Langenbeck ist für mich abwechslungsreich, herausfordernd, freundlich. Interessant, bemerkenswert, beeindruckend. Herzlich, organisiert, respektvoll. Vertrauensvoll, warmherzig, zugänglich. Sympathisch, tolerant, zuverlässig. Ich empfehle Kfz-Technik Langenbeck, weil man hier bei Kompromisslosen-Service Reparaturen zu hochwertigen Qualitäten und zu fairen Preisen kommt. Seine Musik Kfz-Technik Langenbeck